So, ich grüße euch Paraguay Live. Wie immer herzliche sonnige Grüße aus Paraguay, aus Piribebuy. Und hinter seht ihr das optimale oder das optimale genutztes Haus. 8 Meter auf 12 Meter bzw. als andere Variante 12 Meter auf 9 Meter. Falls euch das Haus interessiert, bleibt einfach dran. Also der Sonnenuntergang, der ist extra. Kostet nicht viel. Und wie gesagt, das Standardhaus hier. 9 Meter auf 12 Meter, also knappe 110 Quadratmeter. In der Variante wird das Haus also wirklich sehr oft nachgefragt. Es ist wirklich optimal genutzt. Es sind drei Zimmer, Wohn-Essbereich und auch die hinter, eine kleine Terrasse und das gilt als Walmdach-Bungalow. Das kann man ganz gut sehen. Da sieht man die andere Seite. Es wird wirklich optimal genutzt. Das sind ja drei Zimmer und die Terrasse vorne. Und wie gesagt, hinten nur das freie Grundstück. So, also das sind jetzt knappe zwei Monate, Leute, knappe zwei Monate Arbeit. Also wir haben am 1. November angefangen. Und jetzt wird das Haus von innen verputzt. Man muss dazu sagen, dass wir wirklich ein Top-Wetter gehabt haben. Aber es ist trotzdem eine sehenswerte Leistung. Also seht ihr, die Steine dienen einfach als kleine Sitzbank. Tolle Sache. So, da kann man schon von innen, von der Terrasse aus sehen, dass die Wände jetzt verputzt werden. Also, das Haus in der Variante 12 mal 8 oder 12 mal 9. Es ist im Prinzip nur der Unterschied, dass der Wohn-S-Bereich etwas breiter wird. Aber grundsätzlich, das Hausmodell gilt für alle. Einfach anrufen bei Bedarf. Die Preise nachfragen. Wir bieten es auch komplett schlüsselfertig an. Inklusive Grundstück. Inklusive Hausanschlüsse. Und, wenn von euch gewünscht, inklusive Swimmingpool und Kinscho. Einfach anrufen. Und wir stehen zu eurer Verfügung. Die Preise werden immer höher. Wir haben Ende des Jahres 2021. Und im Jahr 2022 steigen die. Und in 2023 auf jeden Fall werden die nochmal steigen. Also, ihr könnt wirklich mit so einem Bau eines Hauses, inklusive Grundstück, nichts Verkehrtes machen. Ich spreche von Paraguay. So ist es. Also, falls euch gefallen hat, einfach Likes nach oben. Teilt das Video für euch, für andere Freunde, Bekannte in Facebook, Twitter, Instagram etc. Und bitte anrufen und nicht vergessen, unter dem Video sämtliche Fragen stellen, die wir euch auf jeden Fall beantworten werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.